Ich habe das Baby Känguru nun fertig gemacht, Ärmchen und Beinchen und das Schwänzchen habe ich hinten angenäht. Für den Bauch habe ich einen Fadenring gehäkelt, der aus sechs festen Maschen besteht, den ich dann einfach nur in der Mitte angeheftet habe. Die Anleitung für Mama Känguru findest du unter unserem Video. Viel Spaß dabei!